Ich muss doch was machen, oder? Ja, keine Ahnung. Rot. Rot. Bestimmt nochmal rot. Er wird trotzdem schwarz gehen, er ist schwarz, man. Er ist the black man. Nochmal 1337 Wind, Alter. 25 auf grün, das war nice. Jetzt ist auch wieder grün, ne? Easy. Nein, doch, 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 es ist grün. Wieder 100 Euro gewinnen. Lol, jetzt kannst du 10 Euro, Nathan, schreib in den Chat. Ninja, der Boy. Oh, fast wieder grün. Sind das 25 oder 2,5? 2,5. Weil den Punkt sieht man fast gar nicht. Ich bin in den Crash drin. Ich bin in den Crash drin. Digga, grad grün gekommen. Hab ich gesetzt? Ja. Ich bin in den Crash drin, 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 ich bin raus. Geh bei zwei raus, gut. Ich bin schon raus. Digga, du nimmst doch mal zählen. Was hab ich bei grün gewonnen? Nochmal viel in die Jagd, oder was? 2,50 Euro. Was bist denn du rein in den Crash, Alter? Nochmal grün. Was? Mit 100 war ich drin. Oh, so hübsch. Schau mal, grün, grün. Ich glaube, jetzt kommt schwarz, aber ja. Bitte 10. Schwarz, 9. Nein. Rot, krass. Ey, es gibt einen, wo ich jetzt voll den Ohrwurm hab, aber das ist so, das ist so, nein. Wie flachst du jetzt wieder, Sound? Ich hab gerade ein bisschen verkackt. Ich hab einmal Crash gemacht und da ist es bei 1,2 kaputt gegangen, hat 100 Euro drin. Oh. Junge, Junge, Junge. Der Rot. Immer Rot. Jetzt kommt wieder Rot. Geh mal, geh mal 5 Euro auf Rot. Mach mal. Juck. Digga, er geht... Nein, er geht schwarz, guck. Er geht 50 schwarz. Hast du doch gesagt, 5 auf Rot, oder? Und 10 auf Grün. Oh, Mann. Jetzt muss schon mal schwarz kommen. Ne, grün kommt. Nein. Doch. Digga, Alter. Warst du mit 10 drin, ne? Ja, ja. Digga, donate it doch mal, Alter. Sei doch nicht so geizig, ey. Du hittest 3 mal Grün. Alter, 3 mal Grün gehittet. 2 mal mit High Balance und 1 mal mit Low, Alter. Jetzt kommt wieder Grün. Oder 10. Ne, 6, oder? 10. Nice. Hat 25 Euro gemacht. Kannst du mir eine USPS Orion mal wieder geben hier. Weißt du? Ich bin bei Crash, ich bin mit Crash drin Crash rein Mit 40 Ist low, geht nicht besonders hoch Ist kaputt? Ja 1,5 Ne mach ich mal 2 Hab schon raus Ja geht doch nicht hoch Wetten der geht jetzt auf so 10 oder sowas oder 5 5 bis 10 Ja weil alle hohen draußen sind Immer rot ne Ja fast 5 Naja du gehst halt immer wieder schwarz, also das raffe ich halt echt nicht Guck mal es war 17 mal mehr auf rot anstatt schwarz und du gehst immer schwarz rein Jetzt wieder schwarz, 15 Aber grün kommt, easy Nein Nein 7 kommt 9 Ok nice Ich hab zwar noch 1500 auf der Bank bei mir hier, aber ne Ich kann nichts mehr drauf machen, bei mir haben wir meinen G2 aber wieder gesperrt Mein zweites konnte schon So Fuck ich hab verklickt auf Crash Oh mein Gott Oh mein Gott Oh je Gewalt 2 raus Bin raus Der ist schon bei 1,23 raus Ja Aber geh crash nicht rein, da kommt gerade scheiße, da wird scheiße Ja schau mal Watch Games TV, 550 auf Er hat 130 auf grün Er hättest fast gehippet Es kommt schwarz Er tut mir so leid mit 5,500 Er tut mir so leid mit 5,500 Ich hab auch OP-Skins gemacht, ne Glaub mir, ich hab noch kein Gewinn Egal, ich will doch nur wissen, wieviel du jetzt hast Aus 40 gemacht Aus 40 gemacht Ich hab Firesuppent hochgeladen, ne Ja, und wieviel hast du daraus jetzt gemacht? Erzähl doch, Mann Wieder verloren, Alter Ja Ja, du hörst halt auch überhaupt nicht, wenn man dir sagt, dass schon 18 mal mehr rot kam und du gehst immer wieder auf schwarz Ja, ja Easy grün, easy knife Easy knife, easy knife, easy knife, ja, ja, oh Wieso war das nicht grün? Alter, Crash geht die ganze Zeit 2, 2, 2, ne Ich hab ja gesagt, bei Crash geht grad nur scheißdreck Guck mal, bei 0 A0 Gimma jetzt rein, bis 1,5 Wow Wow H1,01 Krass, Mann Ich hör nicht auf dich, ne Digga, wenn du jetzt reingehst, war 1,5 Easy Guck, guck, was hab ich gesagt Was hast du gesagt? Krass, Alter Krass, Alter 4 mal hintereinander low, aber übelst low Sag nochmal, was hast du gesagt? Easy grün, easy grün, easy grün Easy 10 Nein, schwarz, klein rot Also wenn du jetzt in Crash reingehst, hast du easy 1,5 Vielleicht muss ich nochmal 25 auf grün machen Ich hab das bei dir auch gesagt, ne Vielleicht war dann auch grün gekommen Schwarz Kommt aber kein grün 13 kommt Ja Schau mal Crash, das ist richtig abgefuckt, ne? Junge, Alter Ich geh bis 1,5 Bis 1,5 geh ich drin, oder? Nein Das wird nicht mal über 5 gehen, guck Geh mal jetzt mit 10 rein, Alter, das kann doch nicht sein 666 übertreiber Digga Guck dir diese Serie an Soll 832 ist drin Bis gehts hoch Jetzt ja Ich hab verklickt Nein, 1,81 Alter, nee Crash, lass erstmal Oha Digga Also ich würd niemals über 1,5 gehen Das ist so eine Scheiße hier gerade Alter Ich hatte eigentlich bei 2 Oha Guck, guck, ich sag dir Ey, ich hatte eigentlich bei 2 rauswählen, ne? Ich hab dir gesagt 1,5 Das ist scheiße Kraft Alter, grün ist gekommen Ich hab nicht auf grün gesetzt Lol, nein Ich hatte nur auf schwarz Guck mal bei 1,38 Schon wieder bei Crash Alter, das ist Krank Und du gehst mit 170 rein, nee Alter Ist jetzt kaputt? Nee, Alter, oh mein Gott Instant Crash, oder? Nein, 1,5 Bitte geh nicht hin, Alter, bitte Du musst jetzt schon locker bei 500 sein Nö Ich logge nicht Hach, wieso nicht? Das raffe ich nicht Loll, wieso gehst du nicht Rollett rein? Weil jetzt grün kommt Nein, kommt nicht Nein, kommt nicht Ich bin aber in Crash drin mit 20 Euro Es muss eigentlich hochgehen Bis 3 gehen, oder? Bis 3 gehen, oder? Hoffe ich eigentlich Hoffe ich eigentlich Soll ich bei 3 raus holen? Ja Es geht eh kaputt Nein Es geht nie bis 3 2,95 Ok, nice Alter, wieso bekomme ich die Skins nicht, die ich haben will? Ich habe Autocache aufs Kinn und das Kinn kommt nicht Und jetzt bin ich nicht bei Roulette, kommt 3 mal schwarz, ne? Und jetzt bin ich nicht bei Roulette, kommt 3 mal schwarz, ne? Nö Oder? Boah, Digga, 4 rot Jetzt habe ich aber nichts mehr Hä, wie, du kannst schon wieder nichts haben? Ja, ich meine in What the Fuck Skins, ich habe alles in Inventar jetzt Achso Ja, du verkaufst die Sachen nie, gell? Nö Hä, alles was ich einmal kriege, tue ich direkt verkaufen Echt? Ja Weil das eh meistens Skins sind, die ich mit haben will Deswegen verstehe ich auch nie, warum Hä, dann hast du in dein Inventar jetzt Locker über 600 Allein jetzt gemacht Nö Was, nö Nicht so viel Guck mal, jetzt geht's bis 40, oh mein Goooott Höher, 50 Krass, die sind noch drinnen mit 3,9 Ich war bei 1000 Oder fast 2000 war ich Das habe ich so gesehen So was mal hinzukriegen Stell dir mal vor, da ist einer mit 10 Dollar drin Der geht bis 1000 oder sowas Jetzt geht Instant Crash, nö 50 Euro Er geht 212 Dollar Jetzt geht er nicht hoch Ich wusste es Ja Ich hatte Autocache bisschen mehr Auf 1,4 Loll War klar War klar Aber das finde ich irgendwie scheiße damit Wenn viel Geld drin ist, damit er nicht so hoch geht Ja, dann würden die auch Instant Down gehen die Seite, wenn die so hoch gehen würden Bei so viel Geld Ja, aber allgemein damit das nicht so abgestimmt ist Sondern einfach so random ist Das wäre viel besser Guck, jetzt geht es wieder nur noch so low Weil einer mal mit High drin war Soll ich einmal schwarz machen, Arlen? Mit alles was ich habe Guck mal Hey Nein Digga, wenn du jetzt reingehst Dann bist du selbst blöd Weil Niemals gegen den Red Train Warte einfach Eine Runde Boah, ich hatte fast für klick 250 auf grün gemacht Er macht alle Regeln kaputt vom Red Train Alter 2 3 2 3 1 0 10 1 0 0 0 10 jetzt vergämble ich alles wieder ne es kommt niemals schwarz eins kommt zieht man noch mal schwarz bitte oder grün es wird rot kommen es kann doch nicht immer rot bleiben kommen krass 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 crash drin instant crash oder bis zwei denkst du es geht so weit ja bis zwei geht ich habe 1 9 6 ausgekäst ich habe verklingt auf grün doch nicht da hat gestanden dass ich 35 auf grün hat gemacht ohr digga das hat eben gerade so gerollt dass ich fast gesagt hätte es ist grün ich hab gesehen digga irgendwie stimmt da was nicht mit dem roll oder sieht ein bisschen komisch aus naja vom schwung her dass es noch zwei dinge weiter geht aber ne sieht manchmal richtig komisch aus grün kommt er ist zu langsam 12 nein rot und das sage ich ja eigentlich wäre das locker schwarz noch gewesen aber das das ist voll komisch jetzt gehe ich einmal nicht rennen jetzt kommt schwarz oder digga ich würde halt wenigstens zum absichern auf grün mit bisschen gehen aber siehst du jetzt 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 kommt schwarz bin ich einmal nicht ich bin in crash drin damit viel hol raus ich sag noch hol raus guck mal 1 9 4 und du wolltest bei 1,95 rausholen bastarde oder jetzt habe ich sie wieder und alter jetzt ist wieder grün gekommen und es geht noch immer weiter ne hoho immer wenn ich nicht auf schwarz gehe kommt schwarz ist unnormal bis 22 ist gegangen krass bis 23 bis 24 Du bist schon wieder nicht grün Ich wollte sagen, Alter, geh weg Ich wollte auch grad sein, Alter Na jetzt geht er wieder hoch, der Checkpoint Soll ich crash oder was? Läuft, es läuft Na guck, die machen das nur, weil Leute noch drinnen sind mit 0,01 Ist so Ich will nicht wissen, was die Seite am Tag macht an Geld Grün Hatte ich gewonnen? Ja, ich hatte drauf, wie viel hatte ich drauf? Ey, ich bin so froh, ich habe crash geschaut und dann ist grün gekommen, aber ich habe es nicht gesehen Hey, du hattest 3,2 Euro nicht geschaut Ja, du hattest 3,2 Euro nicht geschaut Aber schwarz Hab ich auch richtig Geh mal mit 5, äh, nirgends crash rein Meinst du? Geht mit 5 drin, sagt er Guck mal, Alter Das gibt's ja Immer wenn ich ansage Direkt down, Alter Ich sag ja, ich Merkst du, ich bring kein Glück, Alter Ich glaub, ich geh auf Ich wach morgen auf Das erste, was Raubin mir sagt Alles verloren Nein, nein Junge, ich hab 5,000, ich hab 5,000 Nö, 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 nö Ich würd es dir zutrauen, ey Ich hab ein paar Mal Jackpot gewonnen Cash mal aus, geh mal Jackpot, Digga Geh mal Hand Geh mal Hand Nö, nö, nö Believe me Guck mal, Crash geht schon wieder hoch Einer ist mit 30 immer noch drin bei 6 7 8 9 Bei 10 holt er raus Nein Alter, der bleibt immer noch drin Was ist mit dem der Trächtigte? Der ist bei 12 raus Der hat einfach easy knife, Alter Marble fällt Bayonet Nein, das ist das Doppler Hey, ich seh das nicht Das ist ein Doppler, äh, Bowie Knife Ja, ich find, man sieht das bei uns Aber zumindest bei mir voll schlecht Direkt bei 1 gecrashed Und einer mit Big Balls 50 Euro Guck mal, jetzt geht der mit 40 Euro rein Oh mein Gott Das wird wieder direkt crashen, Alter Soll ich 10 Euro grün machen? Er geht bei 1,5 aus Jungs, ich hab 10 Euro auf grün Was? Was gehst du mit 10 Euro? Wenn ich gewinne, hab ich sowieso knife Grün oder schwarz Ohhhh Ohh Ohhhh Schwarz ist meine Farbe Oh Und ey, rot Ey Wenn es schwarz kommt dann 14 14 2 3 Puh Guck mal 20 mal mehr Auf 0 gecrasht Auf 0 gecrasht Hey Ninja du hast dich aber echt so leicht an wie Hocker gill 0 ernsthaft? Jaja Ihr hört euch echt ähnlich an Vorhin auch schon alter In Matchmaking Hä du hast du ne Waffe? Da sag ich Hä nein Irgendjemand ich weiß nicht mehr wer es war Also ja da hat einer gesagt ja ich brauche ne Waffe Dann hab ich ne Waffe getroppt Weil ich glaub ob jemand wenig Geld hat Und Hocker hatte aber eine Und ich hatte aber keine Ich hab dann einfach nur geguckt wer hat Weil ich wusste grad nicht wer war das jetzt Weil wir haben geguckt ja ok der hat nicht viel Der hat vielleicht 1000 gehabt oder so Habe ich dir mal eine Empia getroppt ne Denkst du es geht bis 2 jetzt? Denkst du oder nicht? Nein Schon kaputt oder was? Naja 1 1 7 Echt? Machen wir ein bisschen mehr drin dann ne? Geber 1 3 raus 1 5 Oh 2 Ich hab jetzt noch die 2 Ab raus Was? Aber ne Scheiß knife Safari machine Wie gesagt ich verkauf den Scheiß da immer Du kannst dir im Markt immer noch was kaufen was du haben willst Ich hab eigentlich voll Bock um dieses knife auf schwarz zu machen jetzt Aber ich mach mit 12 Euro Lass mal sehen Ob ich recht hatte oder nicht Eigentlich müsste jetzt schwarz kommen Weil die Regel ist Wenn nach 3 mal schwarz 1 mal rot kommt Kommt wieder schwarz 10 guck Hatte ich alle hin müssen machen Hm du musst mal gar nichts machen alter Jetzt dann Locker oder? Denkst du es kommt oder nicht? Nein Was nein grün oder schwarz? Es kommt rot man 7 rot lol Crash alter 65 oh mein god Easy schwarz ne? Ich hab wieder alles vergambelt wenn ich jetzt verliere Wenn jetzt rot kommt bin ich verkackt Schon Und eins ist da Und eins ist da Oh nice Shadow Daggers Fade Lassen du jetzt Was? Lassen du jetzt? Shadow Daggers ja Nur Shadow Daggers Äh 120 Wo? Der Rest schon alles vergambelt Geht schnell ne? Mh Mh Deswegen hab ich damit aufgehört Ja 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 ich hab ne Blue Jam AK vergambelt Was hast du vergambelt? Eine Blue Jam AK Ja Was ist das? Eine AK Case haben denn Full Blue Ihr denkst du Crash geht noch bis 1,4? Bestimmt 2000 oder? Eh Jungs Ja Äh Crash das ist jetzt schon bei 20 Ne der nächste Nächste 1,4 oder nicht? So Boah keine Ahnung Mh Wann wirst du mit wie du reingehst Grün Nö Spaß Spaß Aber schwarz Du denkst du es geht bis 1,66? Nö Nö Boah Gut dass ich das nicht hab gemacht ne Grün Ja der geht schon wieder mit 40 rein Grün Boah Geht wieder nicht hoch EZ 1,66 War nicht dabei Über 2 War aber nicht dabei War aber nicht dabei Du bist bei Roulette hinterbei und es kommt grün Junge Echt? Schwarz Nein schwarz Lolle ist bei 4 immer noch nicht raus mit 41 oder was? Ich bin mit 100 Euro drin ne in Crash Oh mein Der geht nicht hoch Ich bin mit 100 Euro Cash aus alter Poseidon Jeder hoch wieder 2,75 EZ pack mir Bei Junge du hast einfach 70 Euro gemacht alter Nice Ah guck mal wie hoch der jetzt geht Ah der wird locker 10 gehen Guck mal es sind aber nur Lowballer drinnen 5 So wird es hoch gehen Believe Believe in me Ich sehe nix drin Ja Deswegen geht es hoch Meint ihr Wenn einer jetzt mit 30 drinnen wär Dann wärs schon nix gecrasht 11 Ach 12 Das niceste war noch wo ich schon mit 4 Euro drinnen war Und bin bei 20 raus alter Ja das war richtig geil Aber das Hab ich halt auch nie mehr hingekriegt Nie mehr 9 schwarz Hab ich auch gehabt Grün Easy peasy Lemon squeezy Solange ich nicht mehr gekommen hab ja Wenn die nächsten 3 Rolls kein Grün kommt Geh ich ins Bett Wenn die nächsten 3 Rolls kein Grün kommt Geh ich ins Bett Voll wenig 1 Euro oder so Ja 1 Euro was ist das dann 14 Euro Joa Ich hatte auch 25 Noch mal Grün Noch mal Grün Nein Rot Rot Schwarz hab ich auch Oh schwarz Ah wenn Doppelgrün war gekommen ne Ich finde bei CSGO Roll kommt ein bisschen mehr Grün Die hast schon auch 8 mal gefallen Das ist auch viel Rot 6 Aber die Rolls die sind irgendwie immer unterschiedlich oder? Die sind voll komisch Die sind von der Geschwindigkeit her nie gleich Hm Schau mal mein Inventar Jungs Wolle ich in dein Inventar gucken in Steam oder was? Start Track Butterfly 9 habe ich Bis weiter Loll du hast ein M9 Bayonet Doppler Mhm Digga dein Ernst? Ne Fuel Injector Stat Track Butterfly Slaughter Krank man Und Handschuhe hast du auch noch? Loll Digga du hast locker 800 oder? Nö warte Als ob nicht ey erzähl nix 1000 Ja sag ich's doch Sag's doch und Soll ich Coinflip machen damit? Und du Bist du n Arsch Alter den Nates dich mal 10 alter Nein nimm mal Coinflip bist du Okay Ey sag mal ich hab 10 Was soll ich damit machen? Alles was ich gewinn Gambling für dir Und was du machen sollst Ja? Geh in Crash mit 3 Euro rein jetzt Und wie viel auscashen? Bei 3 Ich bekomme die Hälfte von was wir jetzt machen okay? Oder du bekommst die Hälfte von was ich jetzt mache muss ich dann sagen Bei 3 hast du gesagt ne? Das hast du 10 bei WTF ne? 10 hast du bei WTF Ja Alles was wir jetzt gewinnen mach wir share Ja Ich hab 3 Dollar bei Crash jetzt Ich hab 3 Dollar bei Crash jetzt Mach 2 Euro rot 50 Cent grün Geht mit 126 Ich geh 2 Euro auf schwarz Und 50 Cent grün Schau mal Crash bis 3 oder? Oder jetzt rausholen Bis 3 bis 3 Bis 3 bis 3 Easy peasy lemon squeezy sagt es Und Roulette war schwarz Und Roulette war schwarz Krass Ich muss einfach das anderes machen was du denkst Gut dann geh schwarz Aber jetzt haben wir schon 9 Euro gemacht gell bei Crash Nee Hä doch du warst bei 3 Grün Grün Nee schwarz Mit wie viel warst du im drinnen bei Crash? Ich hab gesagt 3 Euro sollst du reingehen 2,99 hab ich reingemacht Ja also haben wir 9 Euro Und ich hab auch bei 2,99 rausgeholt so wir haben 8 Euro Ja Digga komm Bist du auscashen? Ich kann dir jetzt ne Blueprint USB FN schicken Ja ich kann keine Handelsanfragen annehmen Erst ab 12 Uhr Ne ab 1 Uhr entschuldigung